Heyo und herzlich willkommen. Ich habe mal eine kleine Umfrage gestartet. Wieso? Weil bei dem Let's Play Poker Turnier der Simon Desu mitgemacht hat und sein Video war ziemlich schlecht, beziehungsweise war ein Armutszeugnis und das Ganze sieht man auch ziemlich gut an der Like-Dislike-Station hier. Über 1000 Leute haben das gar nicht gefeiert und laut den Kommentaren werden es bestimmt noch ein paar mehr sein. Und von den 12.000 wird es sicher auch noch viel mehr geben, die das gar nicht gemocht haben. Und deshalb habe ich mal eine Umfrage gestartet, wer statt dem Simon Desu in dieses Let's Play Poker Turnier mit rein sollte. So, das Poker Turnier ist schon zu Ende, aber wir können uns trotzdem mal die Statistik anschauen, weil es ziemlich interessant ist zu sehen, wer lieber reingekonnt hätte sollen. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar, wer sollte statt Simon rein? So, da hatte ich zwölf Sachen, die man auswählen hätte können und die ersten vier haben dasselbe Ergebnis erzielt, also zwei Votes, einer von den Peets, der German Let's Play, Sergeant Rumbel oder Hauptsache ein Let's Player. Ja, also egal welcher, Hauptsache es ist ein Let's Player, denn viele Leute, die da mitgespielt haben, waren keine Let's Player und hatten jetzt nicht wirklich irgendwas mit dem Turnier am Hut, sagen wir es mal so. Denn Dan the Man kennt irgendwie, glaube ich, auch keiner, macht auch keinen Let's Plays oder so. Und der Titel heißt ja Let's Play Poker. Und da wäre es doch eigentlich sinnvoll, wenn man auch Leute nimmt, die ein bisschen was mit Let's Plays zu tun haben, oder? Deswegen fand ich das ziemlich gut, dass hier auch zwei Leute dafür gestimmt haben. Da habe ich auch mit dafür gestimmt. Ja, dann noch Kronk, eine Stimme und Saraza, eine Stimme. Und hier sieht man das nochmal richtig gut. Ein ziemlich buntes Mischmasch. Und ja, es freut mich, dass zehn Leute mitgemacht haben. Ist ziemlich cool. Hätte ich nicht gedacht, dass da doch so viele mitmachen. Es freut mich. Und ja, ich werde, denke ich mal, öfter sowas machen. Wenn ihr das wollt. Denn es ist ziemlich interessant, wie die Meinungen gespalten werden. Und da sieht man auch ganz gut, wer jetzt so ein bisschen beliebter ist und wen man dabei haben will oder nicht. Oder halt, wenn es mehrere gibt, dass eben das gar nicht so einfach ist, da einen besten herauszuwählen oder wirklich einen zu finden, der jetzt tausend Votes mehr hat als die anderen. Ja, das ist halt das Besondere an solchen Umfragen. Und man sieht ganz gut, wie die Meinungen so verteilt sind. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann werden vielleicht demnächst auch mal noch andere Umfragen gestartet. Okay, das war's mit dieser Umfrage. Bis dahin. Ciao. Let's play channel.